So Leute, es ist nicht immer so, dass immer das gleiche Schema kommt, also wie hier unten, also ein Dreieck, was immer C, also über Tenuse unten hat und A und B, sondern die Praxis sieht doch anders aus. Wir haben zum Beispiel irgendwo einen Turm stehen und der Turm, da wollen wir die Höhe ermitteln, wir peilen also hier hoch, haben hier den Winkel, hier unten ist ein rechter Winkel und so weiter. Und das heißt auch nicht mal A, B und C, da heißt es hier zum Beispiel Höhe H und so weiter und so fort. Also das ist die Praxis und die Praxis, die erfordert, dass wir uns andere Arbeitsskizzen machen, zum Beispiel beim Turm, Beispiel so. So, jetzt heißen die Winkel auch nicht immer Alpha, Beta, Gamma, sondern die können auch mal Delta, Epsilon, Mü oder Lambda oder Tau, Pau oder sonst wie heißen. Gut, also ist die wichtigste Sache, die Gegenkathete, Ankathete, Hypotenuse zu erkennen. Wenn ihr dann eine Arbeitskizze gemacht habt, dann empfehle ich immer sofort die Hypotenuse festzulegen, weil die bleibt nun mal Hypotenuse. Eine Gegenkathete zu Delta wäre zum Beispiel diese hier unten. Allerdings auf Epsilon bezogen ist das wieder eine Ankathete, also hier Ankathete und Gegenkathete daran zu schreiben ist falsch. Ist einfach unsinnig. Und hier, lieber Hypotenuse, sind wir sicher, haben wir das Thema schon mal erledigt. So, und jetzt haben wir hier zum Beispiel heute Fragen beantwortet, bezogen auf Winkel Delta ist die Seite H was? Delta, H, 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 aha, die liegt an. Zwar liegt die Hypotenuse S auch an, aber das nützt uns nichts, ne? Es geht um H und das ist nun mal eine von den Katheten, weil sie anliegt, das ist eine Ankathete. Gut, müsste eigentlich klar sein. Ich habe jetzt folgenden Vorschlag, ich werde jetzt einfach die Pause-Taste drücken, die ganze Sache lösen und ihr löst das ganze Ding zu Hause auch. Also das heißt, ihr haltet das Video jetzt gleich an, bevor ich die Pause-Taste drücke, damit euch das Feld nicht stört und könnt schon mal zu 1., 2., 3. bis 10. alle entsprechenden Antworten aufschreiben. Dann sehen wir uns wieder, dann vergleichen wir. Gut, bis dann. Achso, wer die einfache Übung nochmal sehen will, der geht einfach mal auf den Link I hier oben. Da ist nochmal eine einfache, wo C immer unten liegt, wo das einfacher ist. Und Erklärungen, Crashkurse und so weiter oder Berechnungsbeispiele, die finden sich dann auch hier. Dieses Video wartet hier, das ist also kein Problem. Wenn ihr das I nicht seht, hier oben drauf klicken. So, jetzt haltet das Video an, ich drücke jetzt auch die Pause-Taste und ihr löst die Aufgabe mit mir zusammen. Bis dann. Na, habt ihr das auch so? Nicht ins Boxhorn gelassen. Bezogen auf Epsilon, 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 da ist er, ist die Seite S was? Die liegt zwar an, aber es bleibt die Hypotenuse. Genauso, bezogen auf den 90-Grad-Winkel ist das was? Die Seite S, na, es bleibt die 90-Grad-Gegenüberliegende Seite, ist nochmal die Hypotenuse. Und so weiter und so fort. Die Formeln, dazu muss ich nichts sagen, glaube ich, wenn ihr die durchdenkt. Und falls ihr einen Fehler findet, schreibt mir. Falls es euch geholfen hat im Training, helft den anderen auch, sagt es weiter oder was auch immer. Hinterlasst mir Daumen oder Zeigefinger oder weiß ich nicht. Schreibt Kommentare. Wir wollen es noch besser machen. Heute hat es schon mal sehr gut geholfen. Ich hoffe, euch hilft es auch. Jetzt zum Schluss noch ein Link zu einer, zu der Playlist, wo der ganze Kram hier nochmal gebündelt ist. Also, ich wünsche euch alles Gute. Bis später. Tschüss.